Hallo, willkommen zurück und wir werden jetzt hier da befragen. So, wer ist das jetzt? So, beruf. Spook aus. Ich bin ein Archeologist, spezialisiert in der Romanen-Periode. Ich arbeite an verschiedenen Excavationen, inzwischen, die Baths an Strand Lane. Hm. Can you tell me more about the Baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artefacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly, once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive, too. But I learned so much from him, I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room, and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr Garrow shouting. But we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck. And with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday, we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has, er, had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And, er, he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Who? How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Well, yes. The letter... Yes. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Um, yes. But, since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. Hmm. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Okay, that was also not. Then we'll see what it has. Concentrated look, be careful. Okay, I'm going to load it. If it looks like that. Old shoes, not comfortable. What? What? Get out of here. Hornhaut. Is there anything else? Vor kurzem gegraben, aha. Okay, das war schon mal er. Please escort this suspect for interrogation. So, mein Freundchen. Jetzt bist du dran. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, I need to stay here for very much longer. Boah, bleib mal ruhig hier, Bruder. Erstmal wirst du hier durchgecheckt, Alter. So, was hast du hier? La 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 la. Didi didi didi. Oh, ein Ring. Siegelring. Adelige Wurzeln. So, so. Ein reicher Mann, das auch noch. Was? Goldkette, okay. Mundform. Geringschätzung. Okay. Arroganter Ausdruck. Miss Kerl. Stora the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archeology can be a profitable business. Although, now, I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Oh, ho. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow. But I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Huh. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? How was the work progressing before Sir Rodneys arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the Baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it. Ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind. Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the Baths' publicity. Though yes, I changed my mind. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the Baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay. La 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 la. So. Der nächste bitte. Gero. Wo ist der andere? Ach so, es waren nur drei. Okay. Guten Tag zu dir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich unterstütze die Polizei mit ihrer Anfassung des Mörderes von Sir Rodney Bentcliffe. Wollt ihr, wenn ich euch ein paar Fragen frage? Ah, äh, äh. Ich bin Tristan Garrow. So. Checker mal den mal ab hier. Unrasiert. Sieht man. Huh. Schweiß. Der ist ja nervös, oder was? Huh. Huh. Schutz Amulett. Hamster abergläubisch. Was ist deine Beobachtung? Ich bin ein Kanzlerer in der Städte. Und was warst du bei den Baths? Ich folge die Forschungen. Ich bin interessiert in Archeologie. Du folgst sie? Ja, so viele Dinge haben passiert und wir müssen es wissen. Oder vielleicht ist es besser geblieben. Ich bebe deine Entschuldigung, Herr Garrow. Ich habe nichts gesagt, aber ich entschuldige. Was war es denn, mit Sir Rodney zu arbeiten? Es war wie arbeiten mit einem Geist. Er war ein schwerer Mann. Aber dann, das Welt ist schwer. Es gibt immer Leute, die wollen sie von dir. Und er vertraut mich. Aber... Oh. Du fühlst nicht gut? Entschuldigung. Es ist ich. Ich erinnere mich. Ich fühle mich sehr entschuldigung. Du brauchst nichts? Ich fühle mich schlecht. Ich... Nein, nichts. Ich bin besser jetzt. Oh Gott. Ich bin besser. Ich bin besser. Ich bin besser. Ich bin besser. Ich die Hückel. Ich bin so heiß. Ich musste die Hückel. Ich hatte zu verletzen. Ich habe nicht so recht, in der Beine. Ich war nicht so gut in dort. Aber du hast den Körper. Ich sah das Knifchen. Ich sah das Knifchen, you know. Ich sah das Knifchen. Ich sah die Blut. Ich sah das Blut. Ich tratte zu escape. Ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht. Du sah das Knifchen. Was sah das Knifchen? Was sah das Knifchen? Alles war als wie in einem Sprechen. Es ist alles so schnell passiert. Die Knife war schweig, wie Gold. Hat Sir Rodney eine gewisse Veränderung gegeben? Er war ziemlich secretive in den letzten paar Tagen. Last Thursday, zum Beispiel, ich sah ihn weg. Als er zurückging, war es sehr late. Er hat mir ein paar Wett-Roman-Koins gezeigt, und er hat sich angefangen. Guck it up. No, I don't know. Thank you, thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Ah. Come on. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garo appears to be rather mentally disturbed. Either that, or he is a good actor. Gute Scheisspiele. Okay, jetzt haben wir ja. Um Gottes Willen. Okay, jetzt sollte man hier mal... ...was tun. Ähm. Okay, Champagner haben wir da. Also im Kohlebecken. Ähm. Die kaputte Brille. Genau. So. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlenbecken zu einem Metallclub geschmolzen. So. Okay. Nee, das machen wir jetzt. Warte mal. Ähm. Eine alte Münze. Was haben wir hier? Finden Sie die verschwundene Tatwaffe? Pff. Kann man da hinten auch? Nee, kann man nicht. Guten Tag, Herr Holmes. Bla, bla. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder raus da. Jetzt. Und zwar zu den Thermen. Genau. Machen wir nochmal die Herleitungen. Machen wir jetzt mal. Oh, so. Gary's... 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 Ähm. Im Kohlenbecken. Ich zeige es abtauchen. Auftauchen. Seltsame Wunde. Und sehr flüssiges Blut. Gehört zusammen. Genau. So, Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Es muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Pff. Ja, ich glaube schon das. Man konnte ja die Hand schon immer davor sehen. Äh. Finde halt. Ach, das kann ich mal drücken. Scheiße. Okay, jetzt äh... Ich zeige es auftauchen. Ähm. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Warte mal kurz. Das machen wir jetzt mal anders. Genau. Jetzt suchen wir mal nach der Tatwaffe hier. Ja, ja. Ja, schon echt. Ich lasse mich hier nochmal durch. Okay, jetzt guckt man hier nochmal. Vielleicht, äh, haben wir hier irgendwas übersehen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Okay. Okay. Geh mal hier rein. Champagnerflasche haben wir schon. Oh, jetzt sind die Kleider weg. Okay, jetzt machen wir mal die Herleitung. So, jetzt. Also, Medikament. Seltsame Wunde. Rechtseidiges Auftauchen. Nee, das ist ja Rott. Nee, das ist Lüge. Nee. Warte mal. Ähm. Gestohlene Notizen. Und die Pläne. Nein. Hä? Rechtseidiges Auftauchen. Rettete die, äh, arbeiten in den Thermen. Warte mal. Tester die Pläne. Und Tester. Ja. Passt. So, dann schauen wir mal. Blindhorns Demidik und Blind. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte. Und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Ja, Tester, ne? Hat er ja gesagt, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ach, sowas. Trägen wir es ja mal. Okay, dann machen wir jetzt mal Champagner und... Nee. Hm. Hätte es sein können. Nee. Äh, im Kohlebecken und Champagner? Nein. Okay, jetzt schauen wir erstmal weiter. Was man noch so machen können. Nee, da geht's raus. Da müssen wir rein. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ähm. Ist der Harmsch? Ja, ist ja gut. Ist hier irgendwo was? Hm. Das ist schon grün. Vielleicht noch mal benutzen. Das ist gar nicht so grün. Mit dem Wasserhäge ist, ich kann mich sogar nicht sehen, ein paar Quote weit weg. Ich kann mich nichts sehen. Okay. Okay. Hm. Okay. Okay. Ich kann mich nicht mehr sehen. ist hier irgendwas man kann doch das nicht einfach so umsonst anmachen oder jetzt gehen wir mal in jede Kamera rein da ist nix kaum zu erkennen ok warte mal vielleicht da ist doch nix das ist nur der Dampfhebel oh da bringt mir nix das ist ja quatsch bringt mir echt nix ne no 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 ok jetzt gucken wir mal hier rein da was haben wir denn da Beweise was haben wir denn da achso ja ja finden sie die verschwundene Tatwaffe ja toll wie soll ich denn die finden ne vielleicht so finden schau mal ach ne es wird da ange es hätte eigentlich anzeigen müssen ok ähm sr rothnes lügen vielleicht und die medikamente oder ne sr rothnes lügen und die gescholene notiz ah ok die passen warum hätte sr rothnes etwas verbergen wollen könnte seine entdeckung das motiv von dem mord an ihm sein was haben wir hier was haben wir hier letzte expedition finden sie heraus wohin sr rothnes wenige tage vor seinem tot gegangen ist und lüften sie sein großes geheimnis aha jetzt haben wir was oder welche wichtige entdeckung war sr rothnes im begriff zu machen sr rothnes das heißt wir müssen jetzt zu sr rothnes oder ah das kann sein ok dann machen wir das beim nächsten mal weiter hier bei Sherlock Holmes tschüss